Bonjour! In diesem Video soll es um komplexe Verneinungen gehen, also Verneinungen, die in ihrer Struktur deutlich komplexer sind als die Standardverneinung ne pas. Eine gute Übung ist das Video »Die Verneinung chez Marcel«. Es gibt dir einen sehr guten ersten Eindruck über die verschiedenen Verneinungsformen. Wir werden uns in diesem Video besonders auf die Adverbien der Verneinung in Kombination mit anderen Verneinungen konzentrieren, also zusammengesetzte Verneinungen sozusagen, die aus mehreren Teilen bestehen. Hört sich komplizierter an, als es ist. Was sich dahinter verbirgt, wirst du schon gleich erfahren. Natürlich werde ich euch in diesem Video nicht alle verschiedenen Verneinungen zeigen können. Dafür sind es viel zu viele. Aber ich möchte mich auf die wichtigsten und geläufigsten konzentrieren. Zuerst besprechen wir die Verneinung »Ne jamais«. Danach geht es um die Verneinung »Ne plus«. Und als drittes behandeln wir die Verneinung »Ne guerre«. Der vierte und letzte Punkt dreht sich um Verneinung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com